So, wir haben schon die erste Panne. Johannes prüft gerade die Sicherung. Die Motorkontrollleuchte ist aufgeblinkt und sagt, dass wir irgendwie ein kleines Problemchen haben. Aber wahrscheinlich liegt es an der Elektronik. Wir checken das jetzt mal, aber lassen uns jetzt mal nicht unterkriegen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Der Stuhl ist aufgebaut. Aber wir stehen ja auch mitten in der Pampa, kurz vor der Grenze. Und ja, notfalls müssen wir in irgendein Autohaus fahren oder in irgendeiner Werkstatt mal sehen. Wir sind in Litauen angekommen und haben unser Problem gefixt. Es ist nicht mehr aufgetreten. War schon mal sehr gut. Wir hoffen, dass es bloß ein Wassereindringen und ein Sensor war und der dann eine Fehlermeldung gab. Ja, wir haben gerade was gegessen und es geht straight weiter Richtung kurische Nehrung. Wir werden jetzt das erste Mal das Meer sehen. Wir klettern hier die Düne rauf und dann müsste es eigentlich gleich sein. Ich bin gespannt. Oh, da ist es. Da ist es. Wir sind da. Oh, herrlich. Herrlich. Und gerade noch beim geilen Sonnenvergang. Wuhu. Oh, der ging zielbaut. Oh, ich schaue jetzt einmal runter. Hier haben wir unser Lager aufgestellt und wir betrachten jetzt das Meer und eben hatten wir gerade noch einen schönen Regenbogen und tolle Sanddünen. um uns herum. Wir befinden uns jetzt auf der höchsten Düne von Europa oder einer der höchsten Dünen. Dann haben wir einen super tollen Außenblick. Das Wetter ist echt schön. Zieht zwar gerade ein bisschen zu, aber es lässt sich gut aushalten. Das Wetter ist echt schön. Ja, haben wir auch fast gedacht. Ja, wir haben uns heute Abend in der Nähe des Schlosses Trakai geschafft. Man sitzt jetzt einfach im Kerzenschein, da ist für das Feuer nicht so geeignet ist der Platz. Hier mit Bier und Vodka. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann abonnier unseren Kanal, like unser Video oder schreib etwas in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wie ist das? Was weiß ich über die Pferde? Vielen Dank.